So, hallo und herzlich willkommen zu einer oder zu der ersten Folge Helldivers. Heute mit mir, mit Crusader auf dem YouTube-Kanal Helled Cruise und ja, alles was mit Hölle zu tun hat, da bin ich natürlich direkt dabei. So auch bei Helldivers. Was haben wir bei Helldivers? Helldivers ist ein fiktives Science-Fiction-Szenario. Die Erde, beziehungsweise die Supererde. Ja, es ist nicht die Erde, es ist die Supererde. Ähm, die Übererde, nicht Supererde, Übererde. Entschuldigung, die Übererde wird bedroht von Bugs und von Robotern. Terminide und Robotern. Die Roboter sind relativ stark tatsächlich, die Bugs finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so stark. Allerdings gibt es ein Problem und zwar, in 17 Stunden müssen wir diesen Planeten hier befreit haben, Zogon Prime, von den Bugs. Und ich war hier gerade beschäftigt mit Forum Prime, haben wir gerade befreit gekriegt. Ähm, das ist fertig, jetzt müssen wir aber dahin. Und damit wir Zogon Prime kriegen, müssen wir diese beiden Planeten hier platt machen. Und ich werde mir jetzt erstmal den Planeten hier aussuchen. Befreiungskampagne, der sieht ein bisschen entspannter aus, erdähnlich, mit Gras und Feldern und sowas alles. Eigentlich sieht der ziemlich cool aus. Ähm, wir haben uns jetzt mittlerweile auf das Schwierigkeitsniveau Helldiver hochgespielt. Und dieses Schwierigkeitsniveau, das ist schwer. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Wir werden es jetzt einfach mal probieren hier. Es gibt hier so ein paar Einsätze, die wir spielen können. Wir nehmen erstmal das mit der Rakete. Und da müssen wir erstmal in das System springen, weil wir da gerade gar nicht drin sind. Wir waren ja noch bei Zogon Prime, bei einem anderen Planeten. Wir müssen da jetzt erstmal schnell rüberfliegen und unsere Crew mit anderen Helldivern befüllen. Mit Level 19 bin ich wahrscheinlich einer der niedrigsten, der das hier gerade probiert. Ob ich das schaffe, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Müsste eigentlich irgendwie gehen. Vor allen Dingen Silent sollte das eigentlich ganz gut gehen, aber die Leute, mit denen ich spiele, spielen leider nie Silent. Nicht ein einziger spielt hier irgendwie Silent. Die ballern alle wie bekloppte Idioten hin durch die Gegend. Und das macht es manchmal echt schwieriger, weil du kannst die Mission auch stealfen. Ich weiß nicht, ob man es komplett kann, aber man kann es. Wir haben hier ein Level 50er dabei. Die Leute sind da, alles klar, die begrüßen wir erstmal. Der Level 50er ist schon wieder raus. Diese Emoze hat echt cool gemacht. Eins, zwei, drei. Unentschieden. Eins, zwei, drei. Schere, Stein, Papier im Prinzip. Alter, der Herr hat eine richtig fette Panzerung. Krass, wo hat er die denn her? Und Level 41er Stalker. Die begrüßen sich jetzt hier alle, bevor es runter geht, gleich auf den Planeten und wir wie wild einfach nur komplett weggekloppt werden. Das ist wirklich irre, wie stark diese Viecher da unten sind. Ja. Na ja, Planet, kennt man so noch nicht. Und ich als Host darf natürlich entscheiden, wo wir landen. Der hat der Rest eigentlich gar keine Wahl irgendwie mitzugestalten. Was ist das denn hier für eine wilde Panzerung, Alter? Wir nehmen erstmal die ganz dicken Bomben mit, weil da werden viele dicke Viecher kommen. Dann nehmen wir das hier mit. Und eigentlich, glaube ich, nehmen wir am besten nur die dicken Bomben mit. Und vielleicht auch so ein paar Minenfelder. Könnte sich als nützlich erweisen. Raketenstellung. Und natürlich die Panzerfaust. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ein Störungsfeld, was man nur braucht, wenn man Silent spielt, was wir wahrscheinlich nicht tun werden. So, ich bin bereit. Er nimmt das Störungsfeld mit. Wir haben alle irgendwas drin. Boah. Macht euch gefasst darauf, dass das erstmal eine richtig harte, schöne Niederlage wird. Weil die Bots uns, beziehungsweise die Bugs, sehr stark sind und uns wahrscheinlich töten werden. Aber wenigstens sterbe ich nicht alleine. Und wahrscheinlich auch nicht einmal, sondern zehnmal. Guys, let's focus on the main mission. This is a helldiver-Niveau. Main mission is prior. And after we are ready with the main mission, let's do some shit if we have the lives and the time. Ja, irgendjemand hat das Spiel anscheinend auf einer HDD. Das lädt wirklich tausend Jahre, ey. Endlich geht's los. Erstmal hier auf... Oh, scheiße, ich bin noch nicht drauf gelandet. Okay, das ist cool. Erwartung der Stützungswaffe. Positioniere Pins. Sie ist westlich. 100 Meter. Freiheit braucht Feuerkraft. Positioniere Pins. Südwestlich. 100 Meter. Markiere Karte. Sie ist westlich. 100 Meter. Schwer. Südlich. In der Nähe. Wir benötigen ein Geschütz. Orbitalstab. Und es beginnt. Oh, shit, ey. Okay. Okay. Orbitalstab. Oh, Gott im Himmel. Okay. Und das war nicht mal der schnellste Tod, den ich bisher gestorben bin. Still, ich habe versucht, auf den Pferden zu landen, auf den ich auch hochlaufen kann. Alter, was geht hier ab? Ich sehe überhaupt nichts. Schicke einen Adler rein. Ja, das wird hier ziemlich große Scheiße. Die werden alle so hart hier wegsterben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, bitte Luftunterstützung. Markiere Karte. Höflich. 300 Meter. Schicke einen Adler rein. Er wird Orbitalfeuer. Schicke einen Adler rein. Adler 1 muss weg und aufstocken. Also es ist gar nicht notwendig, dass man hier die ganze Zeit kämpft. Nur mal, damit ihr es wisst, man kann das auch irgendwie hier anders regeln. Verstärkung! Vordere Orbitalfeuer. Ich bin leer. Die wollen kämpfen. Die Leute denken auch immer, dass das irgendwann mit den Bugs hier endet. Aber ich sag euch eins, das endet nicht. Das Schöne ist, dass die gerade den ganzen Fokus auf sich haben und ich vielleicht relativ unbeherrlicht da hinkomme, um das zu aktivieren. Weil auf dem Helldivers-Niveau ist es so bockschwer, dass ich nicht davon ausgehe, dass man hier viel Zeit hat. Und jetzt ist es hier richtig schön ruhig. Und das ist gut. Ich bin am Terminal. Ich bin am Terminal. Vordere Unterstiftungswaffe an. Ich bin am Terminal. Bitte Transmission aktivieren, das dürfte dann das hier sein. Gut. Jetzt ist eigentlich egal ob die mitkommen oder nicht, Hauptsache die sind wir nicht im Weg. Höllenbombe? Hä? Was stellen die da an? Wir leben haben wir noch 15 da darf ich sogar auch noch mal sterben, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hab was gefunden. Ja bitte Luftunterstützung. Schicke einen Adler rein. Backdurchbruch, ich glaub irgendeiner da triggert alles. Ich kann definitiv sagen, dass ich das nicht bin, der da alles triggert. Aber die Karte war permanent, okay, das ist eine Side Mission hier. Über mir ist ein Archery Side Mission. Vordere Höllenbombe an! Wir benötigen ein Geschütz! Verstärkung! Anfrage bestätigt! Verstärkung wurde losgeschickt! Herr bitte Orbitalfeuer! Herr bitte Luftunterstützung! Ich könnte mir vorstellen, dass die Menge der Bugs was mit der Erschütterung des Bodens zu tun haben könnte. Ich schaffe das! Ich schaffe das! Paket gefunden! Paket wird abgelegt! Ich schaffe das! Ich bin am Terminal! Paket gefunden! Markiere Karte, nur auf westlich. Paket wird abgelegt! Probe gesammelt! Let's go to the rocket place! After this we can do some side missions if you want. Paket gefunden! Paket wird abgelegt! Er bitte stärkere Waffen! Paket gefunden! Positivieren! Positivieren! Eigentlich finde ich geht das sogar hier eigentlich. Oder die Leute machen nicht so viel Trouble. Das ist gerade wirklich in Ordnung. Die haben mich nur einmal rausgenommen auf dem Helldiver Niveau hier. und im Großen und Ganzen muss ich sagen. Klasse! Paket gefunden! Ich hatte übrigens mal hier den Bug bei der Mission. Jetzt gerade kann ich mich sogar ein bisschen unterhalten. Weil ich tatsächlich auch die Zeit dazu habe. Dass du aus irgendeinem Grund nicht mehr sprinten konntest. Und auch in deiner Auswahl nichts mehr hattest. Das war ein arschnerviger Bug. Und er hat mich auch das Spiel in dem Moment gekostet. Aber es gibt hier nochmal so ein paar Bugs und Abstürze. Davon ist das Spiel nicht komplett befreit. Aber es ist ziemlich cool diese Termini hier alias Starship Trooper mäßig komplett in den Grund und Boden zu schießen. Und wenn du fix genug bist halt auch noch ein paar Side-Missions machen zu können. Seltene Probe gesammelt! Paket gefunden! Paket wird abgelegt! Ich gehe ans Terminal! Ich schaffe das! Ich schaffe das! Ich schaffe das! I have all the supplies, not supplies, the sources, I have a lot of them. If I die, take the props, I have many, many of them. Hey, but the Helldivers is easier than the unmögliche, but I don't understand why, the same number of lives and everything, but I don't understand the difficulty here now. What do we have now not? There are not any extremely insane and uncontrolable squirmer. I'm in the terminal now. I'm in the terminal. P2. I'm in the terminal. I'm in the terminal. I'm in the terminal, I'm in the terminal. We have some flying ships there, left side of P2. Ich bin am Terminal! Die Freiheit greift um sich. Sie können evakuieren. Fünfzig Meter. Er bitte Orbitalfeier! Orbitalschlag! Schwer! Nordwestlich! Er bitte Orbitalschlag! Wir benötigen ein Geschäft! Der Kalischer ist leer! Marktunnel durchbruch! Schwer! Marktunnel 5! Sklar! Lass uns die Flurbeistäte, ein Lykke. Er sind Sie von in den Seeleien. Das war's für heute. 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 Okay. Maybe we should go right now. Oh, we will maybe lose the mission. Hey, die Proben sind mir gerade gar nicht so wichtig. Es ist zwar schade die zu verlieren, aber... Nee, hier bin ich rausgekommen, ist noch beschissener. Irgendwelche Proben werde ich schon mitnehmen. Irgendwas kriegt man immer. Run, let the stuff behind, just run. Schwer, einmal in der Position. Und ich bin mitnehmen. Und ich bin mitnehmen. Ich bin mitnehmen. Und ich bin mitnehmen. Verstärkung bereit zum Feuern. Vordere Verstärkung an. Wir haben eine Probe, das ist hart schlecht. Oh, shit. Vordere Verstärkung an. 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 Wir sind nur noch zu zweit, ey. Oder ist er eben auch noch gestorben? Ich glaube, er ist eben auch noch gestorben. Ich glaube, ich bin alleine hier drin. Ja, er ist gefallen. Ich bin echt alleine hier drin. Ach, scheiße, ey. Wir sind alle tot. Das Helden-Niveau ist wirklich schwierig, aber tatsächlich gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Man hat es noch irgendwie geschafft. Ja, drei tot. Klass. Ich glaube, wir hatten ein, ja, wir haben ein paar Nebenziele, haben wir gemacht. Okay. Es sind viele gestorben. 250 Prozent gibt es dazu, wegen dem Niveau war eine schwache Leistung, aber wir haben das Ganze überlebt. Und darauf kommt es an. Beziehungsweise, darauf kommt es eigentlich nicht an. Es kommt eigentlich nur darauf an, die Mission zu erfüllen. Selbst wenn am Ende alle sterben und ihr habt die Mission erfüllt, habt ihr es trotzdem geschafft. Irgendwie ist Menschenleben hier nicht wirklich was wert. Ja, ich bin der Einzige, der hier noch am Leben ist. Kein Friendly Feierstand vorteil. Boah, der ist ja... Der hat ja alle weggemacht. Ich habe keine Proben mitgebracht und das kritisiert die. Voll geil. Ich brauche diese grünen Proben. Interessant. Warum brauche ich nicht die anderen? Ach, vielleicht brauche ich die anderen später für irgendwas. Nee, man braucht primär halt echt viele von den grünen. Grün? Hab ich irgendwo schon das dritte freigeschaltet? Nee, hab ich noch nicht. Jo, die Proben. Das ist halt echt das Problem. Ich kriege hier keine Proben mit. Ist aber im Grunde genommen nicht wirklich schlimm. Also aktuell ist es noch nicht schlimm. Geld habe ich bekommen. Das heißt, da kann ich mir jetzt hier das Dach von irgendwie kaufen. Auch nicht zu wenig. Einmal Panzerabwehr. Ist nicht gerade die geile, die hier ist besser. Die rückstoßfreie, das rückstoßfreie Gewehr. Railgun. Viel in der Mittel. Okay, die ist wohl sehr teuer. Tesla-Turm. Okay, den ganzen Rest habe ich jetzt schon. Ach nee, fehlende Mittel. Ich habe kein Geld mehr. Na ja, egal. Dafür habe ich jetzt den Tesla-Turm am Start. Nice. Ich hoffe, diese Mission hat euch gefallen. Und falls ja, sehen wir uns definitiv noch beim nächsten Mal. Ich geselle mich jetzt hier vorne zu meiner Crew. Und dann starten wir das nächste Abenteuer. Bis dann.